Zoe, wie ist das für dich, dass Daddy so dick ist? Irgendwie traurig. Früher sind wir samstags immer ins Schwimmbad und am Sonntag in die Bücherei und vorher haben wir Dame gespielt. Dame hatte ich ganz vergessen. Nun, wenn ich abgenommen habe, geht das wieder. Dann gehen wir auch ins Spaßbad. Dann gehen wir auch ins Schwimmbad.